Was ist der Seminar der Hellinger Schule? Es ist eine besondere Methode und wir schauen an diesem Tag in unterschiedlicher Weise immer wieder auf die Gesundheit und Krankheit. Und was wirkt dahinter? Das Familienstellen bringt das Verborgene ans Licht. Vor allen Dingen die verborgene Liebe, die hinter manchen Krankheiten wirkt. Und es zeigt uns, wie finden wir wieder zurück zur Gesundheit. Dazu möchte ich Sie herzlich einladen. Erfahren Sie mehr über diese kraftvolle, besondere Methode. Und erleben Sie es selbst in dem Workshop. Herzlich willkommen! Erachter 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 Vielen Dank.